So, was geht denn ab, Leute? Grüßt euch erstmal. Da draußen ist absolut geiles Wetter. Mega sonnig. Ich bin jetzt eben gerade diese Scheißtreppe vor unserer Haustür. Zweimal hoch und runter. 177 Stufen. So steil, wie ihr noch nie gesehen habt, die Stufen. So hohe Unterschiede von der Höhe halt. So was habt ihr noch nie gesehen. Zweimal hoch und runter. Dann bin ich da hinten eine Straße weiter. Und da ist eine etwas geradere Treppe. Die dann nochmal viermal hoch und runter gesprintet. Dann wieder zurück. Diese verfickten 177 Stufen wieder hoch. Auf der Hälfte musste ich erstmal durchatmen ohne Ende. Dann bin ich hier angekrochen gekommen. Auf allen Vieren. So gut wie, Alter. Die zwei, drei Stufen hier rein. Erstmal durchatmen. Haare, durchwaschen, Gesicht. Abkühlen. Davor habe ich halt noch Ausfallschritt und so einen Scheiß gemacht. Und Beine gedehnt und so. Und dann ging es rund. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist Heute Stream 18 Uhr bei euch 17 Uhr bei mir Als erstes kommen ein bisschen Fun Games Für die Subs Sowas wie Pokémon Und, Alter, meine Beine zittern, Alter. Ich kann nicht mehr ruhig stehen. Ja, ihr wisst schon. Fun Games und danach aber noch ein paar richtige Games. Also so drei, vier Fun Games mit Subs Und dann Normale Games zum Einspielen wieder. Und ja, ich bin schon fast Blitz Level 4. Geil, ey. Gut, das wollte ich eigentlich nur sagen. Wir sehen uns später. Haut rein und Ihr seid die Besten, Mann. Bis demnächst. Bis demnächst.